ein bisschen koordination mit ball hier hast du den ball hin aufhüpfen und spielst ihn zurück ok nein schau warte fang ihn mal fang ihn mal du gehst halt ein bisschen weg immer dann kommst du ich werfe ihn dir hin so zurückspielen ok dann wieder weg gehen anderes bein immer einmal aufhüpfen lassen und dann spielen ok nicht dieses hier und dann zurückspielen kommen immer meine hände zurück ja guter ball so jetzt machen wir jetzt anders also du kommst jetzt zack warte werfen von unten willst du ihn so zurückspielen ok lass mich mal mit rechts probieren ich habe ihn jetzt gerade hier getroffen statt der innenseite gar nicht so einfacher das ist dann eben koordinationstraining weil du da neue bewegungsmuster lernst ja komm ja aber du solltest nicht so spielen sondern der ball kommt hier dann spielst du ihn so ok wenn der ball hier zur seite kommt und einfach nur so zu machen ist ja nicht gerade schwer werfen hin einmal nur so zurückspielen geht ja du willst dann dass der ball auf links kommt ok dann spielst du ihn so zurück ja genau genau so stark kannst du ihn theoretisch auch in der luft zurückspielen ja das war auch schon ganz gut komm noch mal anderes bein weiter komm ja 1 2 ich bin nicht warm ok dann geht sie weg ja zweimal innenseite ja da kommt immerhin meine hand zurück spiel kommt weiter komm die noch mal links ja mit der innenseite zurückspielen ja weiter kommen das ist das was du brauchst beim lenken wo ich immer sag nach oben lenken sagt weil das machst du in letzter zeit echt nicht mehr so häufig seitdem wir die anschlussaktion mal ein bisschen weg gemacht haben nach oben lenken kommen da wollte ich links ja weiter kommen kommt tempo tempo kommt warum konzentrier dich das ist doch nicht schwer ich schaffe es so mit diesem behinderten mantel kommst du einfach zack zack aber du musst es nicht mega schnelles machen kommen wir doch langsam entgegen weißt du ja ja sehr gut so diese viele von den technikern die jetzt vielleicht nicht so diese kranken flügeltribbler sind die lassen sich da immer zeit aber im spiel da kann man ihn trotzdem den ball nicht achten weil es alles richtig sauber ist muss einfach ruhig hingehen dich konzentrieren nicht hektisch welches bein links das ist die nächste übung komm ja links komm gepasst nächste übung ja von rechts auf links und danach von links auf rechts muss sie immer schön nach oben lenken ja ja sehr gut komm höher jetzt machen wir noch mal eine seite rechts rechts kommt links links rechts rechts ja links links okay machen wir eine richtig schwere übung du meint das schaffe ich das wahrscheinlich nicht du kriegst den ball ja du willst in ja einfach ah der war schlecht gebraucht komm in der luft und dann wieder zurückspielen ja das wäre aber mit aufhüpfen gewesen also mit dings bodenkontakt ja das muss fast schon so in der luft so ein passt mir mal den ball so ein eine bewegung sein ja ja sehr gut komm rechts links ja sehr gut ja muss schnell sein ja sehr gut komm erster kontakt auch mit links ganz sehr gut sehr gut weiter ok passt links oben mit ansage komm ja also das war jetzt das einzeltraining ziemlich locker kann schon schießen ja oder war es anstrengend für dich motiv easy ja bisschen kalt aber sonst geht voll klar morgen dann turnier sagen jetzt ist die hinrunde ist vorbei ähm wenn man zu hoffen war vor zwei spielteigen waren sie glaube ich noch zweiter oder so jetzt sind sie voll abgerutscht weil sie gegen den letzten Platz 1 zu 1 gespielt haben da war aber ein schiel nicht dabei davor ähm auch nicht so gut gespielt haben auch gegen den vorletzten Platz eine Ohrenschiene eine Katastrophe naja das ist nicht so eine spielstarke Mannschaft sondern stellt sich mehr hinten rein verteidigt kontert dann tut man sich eben schwer gegen die letzten plätze oder